Die Bauernproteste in Deutschland werden nicht mehr sonderlich großartig thematisiert. In Frankreich aber haben sie was gebracht, denn die Agrardieselsubventionen, die Rücknahme, wurde davon jetzt gecancelt. Wir gucken uns die Situation genau an, denn die Franzosen bzw. die französischen Bauern sind auch hingegangen, maximal eskaliert, haben die gesamten Städte lahmgelegt und niedergebrannt. So muss man das wirklich sagen. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen, denn es ist kein Ammenmärchen. Wir sehen das hier in diesem Bild. Hier hat wirklich alles gebrannt, was man sich nur vorstellen kann, Leute. Absoluter Wahnsinn. Hier ein Traktorfahrer nimmt sogar einen LKW und da drinnen brennt es und schubst den um. Also das habe ich alles noch nicht gesehen. Was hier abgeht, ist wirklich der absolute Super-GAU. Guckt euch das mal an. Absolutes Schlachtfeld. Also da hat die deutsche Politik wirklich Glück, dass wir uns hier nicht in französischen Verhältnissen befinden. Und vielleicht ist es auch genau das, was sie wissen. Dass sie erstens eigentlich ja wissen, der Deutsche geht sowieso nicht auf die Straße, mit den Deutschen kann man das machen, bis die sich erstmal von der Couch bewegen. Da muss schon sehr, sehr viel passieren. Wir testen das einfach mal und gehen da bis zum Maximum. Ich erinnere an dieser Stelle immer ganz gerne an das Zitat von dem Jean-Claude Juncker von damals. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert, verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. Zitat weiter. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Und das ist wirklich par excellence das Verhältnis, in dem wir uns befinden, wie wir hier behandelt werden, wie wir wirklich nicht vervollgenommen werden. Wir sind einfach nur ein paar Lakaien, die dafür zuständig sind, um zu arbeiten, wie es bei Matrix hieß, also die Batterie ins Bild gehalten hat, Morpheus. Wir sind nichts anderes. Es sind wirklich ganz viele Parallelen. Und wenn wir uns noch ein paar Bilder aus Frankreich angucken, was dort passiert ist, wie viele Misthaufen dort abgelegt wurden, ist das wirklich der absolute Wahnsinn. Denn hier, Bauern setzen sich durch gegen Agrardieselsteuererhöhung, schreibt Apollo. Nach massiven Protesten von Bauern hat Frankreichs Regierung angekündigt, geplante Steuererhöhungen auf den Agrardiesel zu streichen. Zudem sollen bürokratische Hürden gesenkt werden. Die Bauern zeigen sich aber noch nicht zufrieden und haben weitere Proteste angekündigt. Die sind so knallhart, die Franzosen. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Wirklich toll, dass man sich damit nicht zufrieden geht. Denn das war es ja auch, was ich vor, mittlerweile ist ja schon fast drei Wochen her, als ich auf dem Schlepper drauf war, bei meinem Bekannten, dem Bauern, den ich da kennengelernt habe und mit ihm gesprochen hatte. Und er sagte, ja, wir fordern zwar jetzt, die Agrardieselrücknahme oder die Steuererhöhung dafür zurückzunehmen. Und nebenbei gesagt, Apollo hat es richtig formuliert. Es ist keine Subvention, die gestrichen wird, sondern eine Steuererhöhung, die gemacht wird. Genau wie bei uns. Und dementsprechend, er sagte auch, wir wollen aber mehr. Das ist nur das Erste, was wir möchten. Das, was über die letzten Jahre mit Nitrat und so weiter beispielsweise auch passiert ist. Das muss ebenfalls nochmal überarbeitet werden, besprochen werden und so weiter. Und dementsprechend kann ich das nur nachvollziehen, dass jetzt auch den französischen Bauern einfach die Hutschnur komplett geplatzt ist und sie sagen, das kann so nicht mehr weitergehen. Wir müssen hier wieder mal uns darauf zurückbesinnen, dass wir doch mal weitermachen müssen. Und überlegt doch mal, wenn man auch, ich weiß nicht, ob ihr so die letzten Wochen und Monate auch die Proteste generell in Frankreich und speziell die Bauernproteste mitverfolgt habt. Es gab keine mediale Kampagne mit Warnungen wie in Deutschland vor einer Unterwanderung der Proteste und sonstigen Sachen. Da habe ich nichts von mitbekommen. Genauso waren die Bauern dort auch nicht so zimperlich, wie wir jetzt an ein paar Bildern schon gesehen haben. Das war schon ein ganz, ganz anderes Level, was mein Bauerfreund da ja gemacht hat, dass die da zu den verschiedenen Parteizentralen hier um die Ecke Leverkusen gefahren sind und dann so symbolisch einen Gummistiefel gefüllt mit ein bisschen Stroh abgegeben haben und einen Forderungskatalog, so eine DIN-A4-Seite. Das war jetzt ganz nett. Das wird in Ablage P für Papierkorb gelandet sein bei den Parteien, meiner Meinung nach. Und dann war es das. Und der Gummistiefel wurde ordnungsgemäß entsorgt in der Biotonne, so nach dem Motto. Mehr wird damit nicht gemacht worden sein. Das ist halt wirklich schade drum. Und deswegen habe ich das ja auch die Tage so gefeiert, als dann vor ein paar Tagen nämlich die Bauern in Deutschland hingegangen sind und haben die Parteizentralen hier in Deutschland nochmal ordentlich lahmgelegt. Ich hatte ja ein Video darüber gemacht und dann auch dort noch ein bisschen hier und da was abgelegt. Aber gereicht hat es alles nicht. Aber was haben die Bauern noch gemacht? Die haben ja nicht nur die verschiedenen Sightseeing-Points, wie jetzt hier zum Beispiel lahmgelegt und dann hier auch Mist abgeladen und sonst was. Die haben ja teilweise, wenn ihr die Videos gesehen habt, Autobahnen komplett stillgelegt. Die haben riesengroße Misthaufen auf Autobahnen ausgelegt. Brennende Strohballen habe ich gesehen. Und was hat man da gesehen? Eine sehr schöne Solidarisierung aus den verschiedensten Unternehmensbereichen, unter den verschiedensten Menschenklassen, wenn man das jetzt mal so bezeichnen darf, was wir auch in Deutschland im kleineren Bereich schon gesehen haben, was sich langsam entwickelt hat. Und auf einmal hat man natürlich ein gefundenes Fressen gehabt. Komischerweise hat man dafür jetzt so circa zwei, drei Monate gebraucht. Und dann auf einmal hatte man das so in der Schublade, so kam es mir vor, dass man dann die Demos gegen rechts starten konnte und irgendwie die Presse, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, das könnt ihr in den Kommentaren mal schreiben, aber definitiv geschafft hat, damit abzulenken. So dass das nämlich jetzt das Hauptthema auf den Startseiten der verschiedenen Medienportale einfach ist. Und das ist wirklich ganz, ganz traurig, wenn man sich das einfach mal überlegt. Denn nochmal, in Frankreich war es egal, ob rechts, links, arm oder reich, irgendwas auf den Straßen war. Das war absolut unerheblich. Alle gemeinsam, das Volk gegen die Politik. Und das habe ich mir für Deutschland auch gewünscht und den Ausmaß leider nicht bekommen. Aber interessant war ja dann auch bei den Protesten, dass man diese gemeinsamen Interessen einfach komplett durchgesetzt hat. Weil überleg doch mal, arm und reich, wie hier angefangen wurde, ich habe extra ein Video darüber gemacht, was so ein Bauer eigentlich an Kohle verdient. Und hat leider nicht so viele Aufrufe bekommen. Nichtsdestotrotz, ich bin froh, über jeden einzelnen Klick, den so ein Video immer wieder bekommt. Dass hier versucht wurde, so eine Spaltung dann auch wieder zu machen, zwischen, ja, der ist aber, der Bauer, der ist ja viel zu reich. Der ist ja viel zu reich. Nee, dem steht das ja nicht zu. Der soll man sich so anstellen. Das geht ja nun gar nicht. Dass der jetzt auch noch meckert. Weißt du, der hat doch einen dicken großen Traktor. Und so weiter. Wisst ihr, Leute, das ist schon eine ganz, ganz unangenehme Entwicklung, wie ich hier persönlich finde. Aber, wir gucken nochmal in den Apollo-News-Artikel hier rein vom Anfang. Und dann sehen wir nämlich hier. Nun haben die Proteste erste Erfolge zu verzeichnen. Der erst frisch ins Amt gewählte Premierminister Gabriel Attal erklärte, wir haben beschlossen, die Landwirtschaft über alles andere zu stellen. Er kündigte eine drastische Vereinfachung bürokratischer Hürden an. Hierzu wolle er zehn sofortige Vereinfachungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Ja, guck mal, wie einfach das funktioniert, wenn da ein anderer Protagonist ist. Anstatt jetzt wie bei uns beispielsweise Olaf Scholz und Robert Habeck und Christian Lindner. Und nein, jetzt nicht. Ich habe ein Video darüber gemacht, dass gegebenenfalls ja doch noch Boris Pistorius von der SPD Kanzler werden könnte. Guckt euch das gerne an dieser Stelle nochmal an. Das wäre absolut fatal. Das wäre nur ausgetauscht eine andere Kandidat mit einem anderen Kandidaten. Sagen wir es mal so. Und es würde sich nichts ändern. Und wir sehen hier weiterhin, darauf wolle man aber nur noch vor uns verzichten. Auch haben viele Bauern Existenzängste wegen einer möglichen Ratifizierung des Mercosur-Abkommens. Ich sage es hier noch einmal ganz klar und deutlich, erklärte hierzu Attal. Präsident Macron habe das Abkommen immer abgelehnt und er werde das auch weiterhin tun. Ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt so bleiben wird und so weitergeht. Halte euch am Laufenden. Mal gucken, was in Deutschland noch für Möglichkeiten bestehen. Ich glaube, schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe es euch ja gesagt. Leider. Schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten. Und ciao.